Hallo, du möchtest mal mit drei oder vier Schlägeln Marimba oder Vibraphon spielen? Dann bist du jetzt hier genau richtig. Ich möchte dir einen kurzen Überblick mal über die vier unterschiedlichen Griffe geben. Kreuzgriff, Burtongriff, Massagriff und der Stevensgriff. Aber bevor es losgeht, denke noch daran, meinen Kanal zu abonnieren, damit du direkt jedes neue Video von mir mitbekommst. Hallo, ich bin der Rudi und heute möchte ich dir mal die vier Griffe zur Vierschlägelhaltung vorstellen. Sie unterscheiden sich alle ein klein wenig. Man kann mit allen Vieren auch spielen. Jeder bevorzugt dann auch etwas anderes, je nachdem auch was für ein Instrument er spielt. Ich bevorzuge zum Beispiel einen unterschiedlichen Griff für Marimba oder für Vibraphon. Und da findet dann jeder so irgendwann seines. Es ist jetzt nicht unbedingt gesagt, dass ein Griff der unbedingt schlechtere ist, aber es hat doch so seine Vor- und Nachteile. Du hast sicherlich schon mal etwas von dem Kreuzgriff gehört und da möchte ich einmal damit aufräumen, was da für ein Unterschied besteht, weil es gibt zwei unterschiedliche Griffe, die gerne als Kreuzgriff bezeichnet werden, aber nur eine ist der traditionelle Kreuzgriff oder traditionelle Kreuzgriff und dann gibt es noch den sogenannten Burton-Griff, der nach Gary Burton benannt ist. Der Unterschied ist, also man sagt auch gar nicht, das eine ist der traditionelle Kreuzgriff und das andere ist der Burton-Kreuzgriff, also nur, dass du diese unterschiedlichen Bezeichnungen auch mal gehört hast. Der Unterschied hier, der Kreuzgriff, der besteht darin im Prinzip, das war auch der erste Vierschlägelgriff sozusagen, wir versuchen den einen Schlägel ganz normal zu halten, wie wir immer einen Schlägel halten und jetzt war die Aufgabe irgendwann, wir sollen einen zweiten Schlägel reinbringen und in die Hand. Und da ich hier schon belegt bin, hat man das dann so gemacht, man hat den zweiten Schlägel quasi eingelegt zwischen Mittelfinger und Ringfinger, dass es quasi so ein V in der Hand gibt. Den Innenschlägel halte ich also, wie gesagt, ganz normal und den anderen lege ich einfach da drüber, somit kreuzen sich in der Hand hier hinten dann die Schlägel und somit ist es der Kreuzgriff, der traditionelle. Ich lege dann die anderen, vor allem den Ring und den kleinen Finger ordentlich drum, fixiere noch mit dem Mittelfinger den Außenschlägel und somit habe ich zwei Schlägel, die ich beide gleichzeitig spielen kann, aus dem Handgelenk heraus. Zum Intervall verstellen, wenn ich das Intervall kleiner machen möchte, ziehe ich einfach meinen Zeigefinger raus und drücke mit Daumen und Mittelfinger die Schlägel zusammen und somit kann ich auch zwei Töne direkt nebeneinander spielen. Will ich den Griff größer machen, ziehe ich den Zeigefinger erst rein, wechsle dann mit dem Daumen und spreize mit Daumen und Zeigefinger die Schlägel und kann so spielen. Dabei in der Hand fixiere ich mit den drei Fingern immer oder vor allem mit den beiden, mit Kleinfinger und Ringfinger, die Schlägel, dass die nicht wegrutschen. Das ist der traditionelle Kreuzgriff. Was passiert bei Burton? Burton hat das anders gemacht und zwar, er dreht das Kreuz quasi um. Er nimmt den Außenschlägel, legt den zuerst ein und fixiert ihn in dieser Handmulde und legt den zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. Und der zweite Schlägel, den legt er jetzt hier drüber und hält ihn mit Daumen, Zeigefinger und Ringfinger und kleinem Finger. Der Mittelfinger, der hält dann den Außenschlägel noch mit fest. So sieht der Burtongriff aus. Der Außenschlägel bleibt hier weitestgehend in einer starren Position, weil ich ihn ja immer in dieser Handmulde hier fixiere. Und du siehst, ich habe schon gleich ein größeres Intervall. Zur Intervallverstellung hier das gleiche Prinzip eigentlich. Ich ziehe den Zeigefinger raus und so bekomme ich ein enges Intervall. Ich schiebe den Zeigefinger rein, nehme dann wieder Daumen, Zeigefinger und spreize und gehe so weit wie es geht eben raus. Und auch hier fixiere ich dann in einem Extremfall mal die Schlägel so, dass der Ringfinger jetzt den Außenschlägel in der Mulde festhält. Der kleine Finger und Daumen fixieren quasi den Innenschlägel und so kann ich auch große Intervalle spielen. Dann verschiebe ich das Ganze wieder rein, dann muss ich natürlich den Mittelfinger wieder anheben und aufnehmen. Und so funktioniert der Burtongriff. Jetzt kommen wir zu einem großen Unterschied, der Massergriff. Masser und Stevens funktionieren sehr, sehr ähnlich. Und zwar die Schlägel funktionieren in der Hand unabhängig voneinander. Das heißt, sie kreuzen sich nicht mehr, sie werden eigenständig eingelegt. Sie sind sehr, sehr ähnlich, aber doch ein klein bisschen verschieden. Beim Massergriff lege ich den Schlägel so ein, dass er zwischen Mittelfinger und Ringfinger fixiert wird und wickele die beiden Finger erst einmal drum. Der Innenschlägel, den fixiere ich in der Handinnenfläche mit dem Mittelfinger und dann bleibt er erst einmal da drüber. Und der bewegt sich hier eigentlich auch gar nicht groß weg. Die Intervallverstellung, die mache ich dann, indem ich über den Zeigefinger mit dem Daumen hinwegrolle und der bleibt immer hier in der Position. So, das heißt, der bewegt sich eigentlich nur hier, so, in der Hand. Das ist beim Massergriff. Der Außenschlägel ist hier relativ starr und wird eigentlich auch nicht groß bei der Intervallverstellung verwendet. Was man hier noch im Extremintervall macht, das ist, dass der Daumen, wie du sehen kannst, dadurch, dass es jetzt hier starr ist, kann man auch mal hier reinnehmen und so fixieren. Da bekommt man eine höhere, deutlich höhere Spannweite, übrigens als bei den Kreuzgriffen, weil die Schlägel sich ja nicht überkreuzen. Das hat auch noch einen Vorteil. Zum Zurückgehen lasse ich den Schlägel einfach wieder rein gleiten. Zum Zusammengehen, das ist hier viel leichter als bei den Kreuzgriffen, finde ich persönlich, ich muss einfach ganz nahe gehen. Also, beim Massergriff bleibt das Ende vom Stiel in der Hand eigentlich starr und wird da ordentlich fixiert. Was da ordentlich, oder was da vorkommen kann, ist, wenn man jetzt viel spielt, da bekommt man hier mal ordentlich eine Hornhaut oder das kann auch mal ein bisschen schmerzhaft sein, zu Beginn vor allem. Und das ist das Wichtige, dass man das erlernt, dass man diesen Schlägel so bewegen kann. Der Außenschlägel, wie gesagt, bleibt relativ starr, der macht bei der Intervallverstellung eigentlich nichts. Bei Stevens ist es so, der Außenschlägel liegt genauso wieder locker in der Hand und jetzt kommt der gravierende Unterschied eigentlich. Masser spielt man so mit einem bisschen Matchgrip-mäßigen Griff, also nochmal in den Massergriff rein, dass der Handrücken so im 45-Grad-Winkel circa ist und jetzt kommt der große Unterschied zum Stevens. Der Handrücken ist senkrecht und der Daumen zeigt nach oben, quasi wie beim französischen Griff. So, hier liegt es jetzt auch ganz locker, hängt der Außenschlägel und kommt zwischen Ring und Mittelfinger raus und den Innenschlägel lege ich mal an die Daumenwurzel und halte ihn mit Daumen, Zeigefinger und dem Mittelfinger, da kann ich auch noch ein bisschen fixieren. So halte ich erst einmal den Stevens-Griff. So, jetzt kommt der große Unterschied. Beim Intervall verstellen bewegt sich jetzt im Inneren der Schlägel mit. Also der Schlägel macht jetzt im Prinzip die Bewegung beim Masser und die Bewegung beim Stevens. Und das ist der große Unterschied eigentlich, dass der Schlägel hier eine Bewegung drinnen macht. Jetzt in der Extremposition im rechten Winkel von den Schlägeln habe ich den Schlägel hier an der Fingerwurzel. Also das ist der große, große Unterschied. Ich persönlich fühle mich mit dem deutlich wohler als mit dem Massergriff. Hier kann man nämlich auch gleichzeitig noch zum Beispiel den Außenschlägel separat gut bewegen, indem ich also bei der Intervallverstellung mache, spielt der auch noch mit eine Rolle. Ich kann dann mit dem Mittelfinger den Außenschlägel eigenständig wegschieben und somit bekomme ich nochmal ein bisschen einen höheren Tonumfang. Also hat auch seinen Vorteil, klar, diese diese Spreizung ist natürlich extrem. Das Wichtige ist, der Innenschlägel, der bleibt immer in der Kontrolle zwischen Daumen Zeigefinger. Wir machen also nie irgendetwas, wo wir den Innenschlägel mit dem Daumen wegdrücken, was wir bei Masser allerdings machen unter Umständen. Das sind erst einmal die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen Griffen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, einfach die Unterschiede oder die hauptsächlichen Unterschiede zwischen diesen Griffen zu erkennen und dann zu wissen, was für einen Griff spiele ich eigentlich oder ich habe schon vieles gehört, was gibt es eigentlich, ich probiere das vielleicht auch mal aus. Wenn ich dir helfen konnte oder neue Informationen geben konnte, freut mich das sehr. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere jetzt noch meinen Kanal, damit du jedes neue Video von mir mitbekommst. Bis Dein, Tschüss, dein Rudi